Das Wasser des Lebens Es war einmal ein Junge, der in einem Land lebte, wo der Winter fast das ganze Jahr hindurch dobte. Eines Tages, als der Knabe durch die Taiga auf die Jagd ging, begegnete er einem Zooball, der ein winziges Männlein mitschleppte. Als der Zwerg den Jungen erblickte, rief er um Hilfe. Der Junge befreite den Zwerg. Dieser erzählte dem Jungen, sein Volk lebe in der Taiga, sie würden sich mit den unter dem Schnee gefundenen Pilzen ernähren und auf Kaninchen reitern. Dankbar fragte er danach den Jungen. Sag mal, wie könnte ich mich für deine Hilfe bedanken? Soll ich dir Pilze für den ganzen Winter holen? Nein, vielen Dank, antwortete der Junge. Pilze sammeln wir selber, es gibt genügend davon. Dann beschenke ich dich mit dem Wasser des Lebens. Geh ruhig nach Hause, mit meinen Freunden werden wir es dir bringen. Der Knabe kehrte glücklich heim. Bald erschienen die Zwerge mit dem Geschenk. Beim Anblick der auf Kaninchen reitenden, merkwürdigen, bärtigen Elfern begannen die Dorfbewohner laut zu lachen. Da dachten die Zwerge, dass die Menschen ihr Geschenk nicht schätzen können. Deshalb verdienten sie es auch nicht. So gossen sie das Wasser des Lebens in dem Wald aus. Sie begossen damit die Wurzeln der Tannenbäume, die seitdem immer grün sind.